herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge phasmophobia wir sind heute ja hallöchen wir sind wir ja so unterwegs wir sind im willow street haus was fällt im wasser flosse einige den bereich in der nähe des geistes also räucherstäbchen bewegungssensor mal gut dass ich eine gekürzt habe und ein foto schießen der geist heißt leslie anderson weiter scheint dieser geist nur personen zu antworten der leise an okay die mag ich immer nicht so was leslie anderson die sollte ich ganz nett ich war bei der zum branch eingeladen letzten samstag sie ist aber irgendwie nicht gekommen ja vielleicht ist sie wieder gestorben ich bin da alleine gekommen mit seinem spruch mit dem auto das war so cool der stromkasten ist warte ich frag mal in die runde hat einer geguckt wo der stromkasten ist bitte lasst doch ein kommentar da wenn einer von euch geguckt hat muss ja im keller sein garage ist nicht ne ja da bin ich her gekommen da war aber keiner da und dann kam die polizei und dann muss ich zum verhör und da ist aber nichts passiert verhör so stromisch mal an ich kann hier gleich mal die räume checken hallo leslie hier sind zwölfe ich hab 16 hatte hier gerade zwölf war okay warte ich versuch's mal im anderen raum bist du denn leslie warum schreist du so da übertönen zu folgen ja aber nicht in meiner öffnahme wenn das jetzt funktionieren wenn ich das jetzige nein das ist das war meine stimme diese kacke ich hab was gehört mit der kirche ja küche habe ich auch schon gedacht gehabt äh klimper klimper wo war das küche ein teller ist runtergefallen wir haben sieben grad leslie holst du das essen nach was mir samstag nicht gemacht hast was ist passiert warte mal der teller ist doch eine tür zugegangen oder so nee auch gelaufen irgendwie das ist süß ich mir kam rein ja 6 grad ja sieben hatte ich auch schon das ist jetzt bist du gerade über den knarrenden boden gelaufen ich habe mich gerade bewegt und jetzt schon wieder okay okay oh warte ich muss sachen holen rede mal mit hier ist das denn ernst na gut dann hole ich mal den dots projektoren ein geisterbox wer ist laut das ist die an die ist laut aber ist nicht an dann würde ich mir gedanken machen das kann nicht normal sein so wir haben jetzt die box drin und den dots das liegt am dieser aggregator so das buch mit und hast du nur v ja habe ich okay dann habe ich jetzt noch den imf ich glaube die ist durch den dots gelaufen meinst du ja mir kam dann irgendwas entgegen bestimmten geist ich vergesse die ganze zeit dass wir ja über die sport quatschen und du mich ja immer noch hören kannst ich wette mit dir dies durch den dots gelaufen wir haben auf jeden fall orbs und dort hundertprozentig hier rechts über ja sie ist durch den dots projekt dann ist sie mir entgegen gekommen was war das jetzt jetzt halb abgeklatscht ja habe ich zu spät gesehen die weiß wo sie ihr handtuch hat jeder mensch muss immer ein handbuch dabei haben warum wenn dir kalt ist kannst du dich drin einwickeln wenn die sonne scheint kannst du dir das als schatten machen ja und wenn du es nass machst das ist die optimale nahrkampfwache nein deswegen habe ich immer deswegen habe ich immer eine handvoll wasser in der tasche fragte ich mal wegen der situation vorhin warum du nur eine handvoll gekriegt hast wasser ja die leute denken aber ich habe eingeprüstert habe ich aber gar nicht ich habe vorgesorgt weil es zur eskalationsstufe kommt bin ich voll gewappnet wo das licht ist ausgegangen das war der bewegungsmelder schuldigung felscher darm kamera können wir noch holen ja ich weiß gar nicht wollen wir ein kreuz mit reinlegen bringt nicht viel ne ich weiß auch nicht das könnte ein hier mit p wie heißt der phantom sein oder was war das ja mich findest im wörterbuch unter p wie perfekt die plunder hey du bist plunder dich findet man im wörterbuch oder ich bin einzigartig sowas gibt es nicht ne du bist besonders im elf wo ist der in der küche auf dem tresen beim buch beim buch wie vier drei drei ja ist die gelbe lampe ist definitiv eine drei wo ist denn das buch überhaupt ja ok verfluchten gegenstand haben wir noch nicht gefunden ne aber die wirbelsäule war da ja die habe ich schon fotografiert und eigentlich hast du mal geguckt wegen fingerabdrücke ja habe ich jetzt nichts gesehen gehabt das ist ja skurril ein geist der keine fingerabdrücke hinterlässt das reacher brett auf allerdings hier hier wie heißt das gerät mit dem du ständig spielst hier waschmaschine spiele vor ein na ja da wäre es gewesen also wir können jetzt was haben wir denn noch an anderen auswahl oh gott noch so viel wir haben tage watschi jukai jukai reichu wenn reichu hört sich so ein bisschen an wie so ein pokémon gab es nicht mit pokémon das reichu hieß ist doch die war das nicht die von pikachu die weiterentwicklung reich ich habe das nicht geguckt ich auch nicht hatte mit pokémon jukai reichu jukai reichu also pokémon ist was für babys gewesen damals damals ich hatte alle edition für mein gameboy color also bungee wäre fingerabdrücke geisterbuch ja 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 hier also das ist noch alles drin eigentlich cool er geht ja gar nicht doch im elf steht da geht frier buch box ja also keine fingerabdrücke hält fingerabdrücke auch ja zeich ja alles dabei gott ist das anstrengend da haben wir noch so viel zu ermitteln ja jetzt gucken wir erstmal das buch ja das ist ja mal deine birne weg einfach deine bürde da weg ich fahr weißt du was du gehst jetzt so freiwillig will es das war ich nicht natürlich warst du das nein die linie ist ganz oben doch war ganz oben die linie die war wirklich richtig du hast dich so hingedreht dass du sie zu machen willst nein die ist wirklich richtig hoch die linie das haben wir noch bequest schieße ein foto vom geist und räucherstäbchen ja das kriegst du ja sowieso wieder nicht hin sicher krieg ich das hin zeig mal was ja dann ist sie doch weg wir müssen erst ein foto von ihr machen ja das kriegen wir sowieso wieder nicht weil wir drauf gehen ach du gehst drauf du gehst gleich dran glaube ich wusstest du wenn du in plasmophobia einen löffel schmeißt provozierst du den geist ja du bist kacke ich habe meine kamera jetzt willst du auch mit reinkommen falls sie erscheint und einer von uns stirbt könnte der anderen foto machen ich sterbe immer ich habe es geschnackt noch wenn ich bin gleich wieder raus echt jetzt ja gehst du gar nicht mehr hier aber gebiertemperaturen hatten wir jetzt gar nicht ne hallo gib uns ein zeichen ich habe jetzt 13 grad deine klappe hast du das jetzt nur in discord gesagt nein dann hör auf damit sag ich dir nicht komm rein wenn du es wissen willst ich gucke einfach in mein buch ne komm her ich flüstere dir das das ist viel einfacher du kannst sowieso nicht lesen komm her Leslie Anderson hä ist sie nicht eben anders nein die hieß Anderson und nicht anders Leslie bist du hier erscheine zeig dich also temperaturtechnisch sind wir optimal im positiven bereich also haben wir keinen strom ich mach mal strom an energetisch positiv schön dass du die haustür zugemacht hast du bist ein schwein männer sind schweine das kann nicht sein ich zieh nicht die haustür zu machst du sonst immer ja aber nur wenn es draußen regelt ja aber nur wenn es draußen regelt Leslie erscheine Leslie Anderson du bist halt wie eine Blume du musst gegossen werden damit du richtig Fotosynthese machen kannst und wunderschön wirst und wunderschön wirst zeig dich erscheine wo bist du gib uns ein zeichen Leslie komm doch einfach mit rein Mrs Anderson Frau Anderson Leslie 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 hallo hallo vielleicht müssen wir auch einfach mal das Buch umpacken vielleicht müssen wir auch einfach mal das Buch umpacken warte sie läuft da durch wo war das erscheine halt den sabbel zeig dich ui Schluss jetzt halt nicht den sabbel nein nicht sie du Leslie ey nicht cool bro absolut nicht cool ich fand's grad voll in der Tür also ja also du hast gleich hier eine Tür am Kopf hast du gleich du komm du mal her du kleiner Schlingel achja hier ich komm Leslie was willst du tun hä Zwerg ich will ja nur dass die ein Foto hierher kommen hier die hat die Tür berührt guck mal wegen Fingerbrücke Leslie ich habe keine Dings hier klar hast du nein jetzt habe ich es kontaminiert jetzt habe ich es angepasst jetzt wirst du wahrscheinlich nein oh mein Gott noch habe ich ja wirklich meine Fingerbrücke hin doch Fingerabdruck ne was hier an der Tür an der rechten an der Glastür hier finde ich vielleicht von der anderen Seite nein du hast nicht mal geguckt guck doch mal von der anderen Seite hab ich nein da ist kein Fingerabdruck du warst nicht hier drüben die Tür ist zugegangen wirklich ich bin tot ich bin nein ich war es nicht ich war es ich bin gerade raus ich bin gerade raus scheiße ich weiß gar nicht was ich jetzt machen soll Jasmin ich bin der Geist der ewigen Jugend Jugend mach ein Foto von der Leiche die so wunderschön aussieht fotografier den hübschesten Mann da wo hast du denn das Boot ah nein du bist am Arsch ich wollte ins Büro wir sind beide tot und wir müssen beide neu einkaufen ich habe eben gerade alles neu eingekauft hi ja wieso hast du denn kein Foto von meiner Leiche gemacht ich hoffe das gibt noch ein bisschen ich wollte das Buch wo Kai war das ah die Fotos zählen nicht wenn wir tot sind stimmt ja ah habe ich vergessen ja und ich wollte oh ey ich muss sie alles nochmal kaufen und ich wollte nur gucken ob die ins Buch geschrieben hat da hat sie nicht wenn euch die Runde gefallen hat wir sind leider gestorben lasst gerne einen Like da wir sehen uns das nächste Mal wieder bis dahin machts gut Ciao Ciao Tschüssi Kowski Tschö mit Ö